ja hallo lieben drei gründe warum eine langzeitbeziehung vielleicht scheinbar oder auch real zu langweilig geworden ist so ich habe da neulich dann real gesehen glaube ich oder ein tik tok video ich weiß nicht wo gesagt wurde ja wenn eine beziehung langweilig ist dann heißt das eigentlich immer man macht irgendeinen fehler einer beziehung und wenn du dann raus gehst und du gehst eine neue beziehung kommst du sicher an den gleichen punkt und muss dich mit den gleichen sachen rumschlagen deswegen ja braucht man sich bei langweilig nicht trennen weil das führt ja eh zu nichts also der meinung bin ich nicht so ganz aber ich finde es so halb richtig und ich wollte mal meine meinung dazu sagen weil ich denke es gibt eine berechtigte und unberechtigte langeweile sage ich mal wie es eine berechtigte unberechtigte eifersucht gibt und ja wir wollen es mal drei szenarien angucken also was hier in diesem real gemeint war ist glaube ich würde ich mal jetzt szenario 1 nennen ja es kann sein wenn du es kennen ja auch viele von den liebeschipplern hier die mit ihren kursen an ihrem liebeschipp gearbeitet haben übrigens sehr geile lesung ich weiß nicht genau wann ich das video rausbringen ich sage jetzt mal gestern am mittwoch in berlin war richtig cool also also die so einen weg gehen dass sie nicht mehr diese drama menschen daten nicht mehr die die toxi toxi beziehungen führen ihre eigene drama sucht in griff bekommen neue wahlen treffen bei dating nicht mehr instabile partner daten ohne jetzt irgendeine wertung oder so ist halt da wo ist und dann vielleicht zum ersten mal eine stabile beziehung reinkommen und erst das alles fein und nach einem gewissen nach der ersten verliebtheit sagen wir mal nach 200 tagen wie es dann meistens ist geht das los dass du das so immer mal wieder so ein gefühl von ja ist ja gerade nichts los slash ist da jetzt langeweile was so rein droppt was aber ein normaler prozess ist wenn man umswitcht von drama beziehungen auf normale beziehungen da kann es für menschen die sozusagen schon in der kindheit geprimt worden sind auf drama kann es da schwierig werden dass sie das eigentlich also ein normales also wo andere sagen würde die beziehung ist überhaupt nicht langweilig so aber man findet das langweilig weil es eben nicht diese intensität hat von von diesen drama beziehungen was man da machen kann würde zu weit führen habe ich glaube ich in einer millionen videos thematisiert in meinen kursen sowieso könnt ihr gerne mal reingucken das ist glaube ich was in diesem real gemeint ist das gibt es schon und wenn wenn du an dem punkt bist und du gehst dann raus und gehst in die nächste stabile beziehung bist ja da bist wahrscheinlich das gleiche problem wieder bekommen und entweder du hoppst von beziehung zu beziehung und dann bist du vielleicht derjenige der für die instabilität sorgt das kann natürlich auch sein aber ja damit muss man sich vielleicht irgendwann noch mal befassen das würde ich tatsächlich auch sagen ja dann punkt zwei oder szenario zwei ist dass die beziehung zu unteraktiviert ist also unteraktiviert heißt gute freunde schlechte liebhaber so ganz brutal auf den punkt gebracht mehr dazu in meinem ersten buch der liebescode ist der gegensatz zu überaktivierten beziehungen viel streit oft gute liebhaber schlechte freunde in der beziehung also einmal ist das sind so die beiden paar sorten die in paar therapie kommen entweder ist zu viel ramba zamba mehr dazu gibt es natürlich auch in meiner paar ausbildung nächstes jahr losgeht im februar wenn ich das mehr interessiert also überaktivierte paar so ramba zamba ramba zamba streiten sich viel zu viel wie gesagt wir das jetzt nicht in länge ziehen das video ja unteraktiviert ja häufig ein gutes team aber die beziehung wird langweilig so auch tatsächlich langweilig weil weil sie zu sehr manchmal sage ich zu sehr enttoxifiziert ist also es passiert einfach gar nichts es wird kein risiko eingegangen es wird auch kein risikohaftes gespräch gesucht wird immer nur der kleinstgemeinsame nenner gesucht wird immer der kompromiss gesucht man hängt zu viel zusammen macht nichts ohne den partner dann wird es irgendwann langweilig dann wird es langweilig weil weil die herausforderung fehlt also liebesbeziehungen brauchen auch herausforderungen die brauchen auch eine gewisse art von risiko dass man sich auch nicht zu sicher ist dass auch mal irgendwas passiert so sonst hat man das gefühl was was mache ich ja eigentlich das fühlt sich so statisch an und bin ich schon hundert und da sollte man auf jeden fall was machen was genau könnt ihr gerne mal reinschreiben dann kann ich vorhin auch noch mal video zu machen aber im grunde genommen die beziehung auf jeden fall aktivieren wieder ne und ein bisschen das toximeter ein bisschen höher schrauben und klitzekleines bisschen sag ich immer ein bisschen spaßhaft also noch schwierige gespräche führen mal irgendwas ansprechen was man eigentlich bisher nicht angesprochen hat und so weiter das könnte da sollte man schon was dran machen kann man auch was dran machen so aber es ist ein ganz anderes szenario als szenario eins ne szenario drei wollen viele nicht wahrhaben manche beziehungen laufen einfach aus manche beziehungen haben ablaufdatum ich sage auch immer wieder gerne über alle kulturen hinweg gibt es dann zumindest für menschen im gebärfähigen alter gibt es eine vier jahres grenze also jetzt ist es keine wirkliche grenze aber im schnitt dauern beziehungen vier jahre und nicht 10 20 30 40 jahre so ne hat sehr wahrscheinlich evolutionäre gründe mensch ist eben nicht wie wie viele vögel komplett monogam sondern seriell monogame art das ist schon was besonderes unter säugetieren sind nur drei prozent der säugetiere aber eben nicht ja wie wir sehen offensichtlich haben menschen mehrere beziehungen in ihrem leben und das ist völlig normal das ist völlig in ordnung und natürlich kann man sagen ja die beziehung ist jetzt auseinander gegangen weil jemand fremd gegangen ist weil der kanarienvogel krank geworden sind weil die außerirdischen im garten gelandet sind ja klar kann sein aber manchmal ist es auch einfach so manchmal ist auch gar nichts und und es ist aber es passt einfach es passt nicht mehr oder mal das gefühl die beziehung ist außer erzählt also es gibt tatsächlich auch ein ein ja es ist irgendwie vorbei es ist irgendwie vorbei und klar gibt es dann immer irgendeinen anlass warum man dann vielleicht letztlich den schritt macht so aber ich würde sagen es gibt auch einen langweilen der du nix machen kannst weil die beziehung einfach ähm hätte ich fast gesagt wie benutztes taschentuch ist einfach ist einfach benutzt also aber benutzt ist das falsche worte sagen das ist so ein aus dem aus dem zen buddhismus so ein bild häufig bei diesem koans in den koan gelöst hast koans sind ja diese aufgaben zu meditieren und da sagen die manchmal ein gelöstes koan ist wie benutztes taschentuch das heißt das ist durch das hat seine schuldigkeit getan du hast deine lernaufgabe gehabt die lernaufgabe ist bewältigt und die aufgabe ist bewältigt also ich sage auch gerne in meiner ausbildung immer was macht ein paar was alle probleme gelöst hat es trennt sich meistens so wollen wir immer nicht so richtig waren weil wir alle mal in diese romantische liebe glauben aber jede beziehung hat auch eine aufgabe so und äh klar es gibt sicherlich irgendwann mal ein alter wo man um einfach keinen bock macht sich zu trennen ist auch völlig in ordnung aber so an sich hat jede beziehung eine aufgabe und wenn die aufgabe gelöst ist und es kommen keine neuen aufgaben dazu oft kommen ja auch ständig neue aufgaben dazu ne aber wenn wirklich alles gelöst ist und nichts mehr offen bleibt also weiß nicht ob euch das klar ist jede mit liebesbeziehung geht eigentlich auch mit einer äh mit so einem thema einher was man für sich lösen darf so ne und wenn wenn da nichts mehr kommt ja was denkt ihr dazu äh was habt ihr da noch für fragen äh auch an dieser stelle mal ähm gibt es irgendwelche sachen wo ihr sagt mensch auch so größere themenbereiche mensch hemschi kannst du da mal was zu machen also äh bin da durchaus offen oder mach doch mal da einen kurs zu also vielleicht auch irgendwas ganz anderes ähm ja ich brauche manchmal so einen input auch von der community wo es wo es denn jetzt gerade hakt äh wo ihr weiteren input braucht schreibt es gerne mal in die kommentare oder auch an support of leadership.de und so weiter und so fort wir sehen uns bald wieder vielleicht auf der lesung in münchen schau ihr lieben hmm musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020